Auf geht's heiz und stange mit, ja ein stange mit, da ist was los. Auf geht's heiz und stange mit, denn da ist die Stimmung groß. Was ist denn da? Ist ja gar keiner da? Mein Gott, was ist denn das für ein Saftladen, wo man nicht einmal an Silvester bedient wird? Hallo? Hallo? Kundschaft? Ja, wer plärrt denn da schon? So ein Rohr kann nur die Birnenstinglerische haben. Du, gell, pass ja auf, dass du mit einem alten Johan auf deine freche Pappen kriegst. Gerade wegen meiner zarten Stimme hat mein Mann mich geheiratet, gell? Tja, der hat immer schon schlecht gehört. Wo ist deine Katja? Die Katja? Ja, wo wird denn die Katja sein? Also da unten ist seine Gäge. Sie ist nicht da. Geh, 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 geh. Stell dir vor, das sehe ich selber. Ja, dann gib mir mal da 50 Gramm von der Leberstreichwurst. Na, na, wo ist die ganze? Und einen halberten, nein, einen viertelten Ring, Leona. Und von dem Greicherten schneid's mir noch eine dünne Scheibe runter, gell? Sie lassen's aber heute an Silvester wieder kraken. Tja, mein, wer kann, der kann, gell? Sag mal, stimmt das, dass bei euch Bäumchen wechsle dich gespult haben? Ich kenne nur, Mensch, ärgere dich nicht. Ich meine, es ist ja wirklich ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie Stangl, gell? Der Markus, das war doch so ein netter und zuverlässiger Schwiegersong gewesen. Und dann schneibt da einfach so ein Kölner daher, von dem kein Mensch weiß, wer er ist und wo er herkommt, gell? Und schnappt sich einfach die Tochter des Hauses. Okay. Wer sagt denn, dass er geschnappt hat? Ja, vielleicht, vielleicht hat sogar Sie geschnappt. Was? Ah, aber Sie scheinen doch nicht das Neueste zu wissen, Frau Birns Stingl. Nein, ja, was? Nein, 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 bleiben Sie drunten, Sie brauchen nicht gleich einen Laden drüberhüpfen. Ich hab auch geschnappt. Du? Ja. Nämlich den Erich Feichlmoser. Oh, einen Brieftrager. Ja? Den, der? Oh, einen anderen hast du wohl nimmer auftrieben, ha? Also, gell, das verbiete ich mir. Mein Depp. Ach. Nein, Erich ist kein Depp, sondern ein Geamter. G, 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 g. Das ist ein Briefmarkenschlecker, nicht mehr und nicht weniger. Na ja, was kannst denn du auch schon noch groß erwarten, gell? Ich erwarte jetzt, dass ich sie sofort von hinten betrachten kann, weil sonst gerate ich außer Kontrolle. Was? Du schmeißt mich hinaus? Ja. Oh. Ihr könnt's drauf warten, bis ich jemals wieder einen Fuß über diese Schwelle setze, gell? Ja. Das können wir leichter warten, denn der nächste Metzgerladen ist nämlich acht Kilometer entfernt. Ja, der Herr Lehrer Holdendold, das ist aber schön, dass Sie wieder mal da sind. Ich hab schon gemeint, Sie sind zum Vegetarier worden, ha? In der Tat hab ich den Ort meiner großen Enttäuschung etwas gemieden. So. Ähm, ja, haben wir vielleicht irgendwann unsere delikaten Wiener Würstchen nicht mehr gehabt? Sie scherzen. Ja. Ach, Fräulein Gerdi, meine stille Verehrung für Fräulein Katja versandete ja nun nach deren Verlobung mit diesem Markus hoffnungslos im Nichts. Und auch Sie haben sich ungeachtet meiner durchaus ausbaufähigen Zuneigung für Ihre Person mit diesem Herrn Feichtelmoser liiert. Zwei solch herbe Enttäuschung. Nein und nochmals... Nein. Ja. Auch ich bin nur ein Mensch. Okay. Ja. Ja, aber ich mein natürliches... Warum haben Sie sich denn nicht früher mir geoffenbart? Ja, es tut mir leid, die Schanzsäcke mich zu bekommen, haben Sie leider total verschlafen. Oh ja, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Ich hätte gerne 100 Gramm von dieser Leona dort dünn geschnitten, bitte. 100 Gramm? Mhm. Bei dem war ich glaube ich verhungert. Und zwei von diesen äußerst delikaten Wienerl, bitte. Ja, Herr Lehrer. Ach, das gibt's ja nicht. Gleich zwei Stück. So, dann darf ich Ihnen zu diesem denkwürdigen Jahreswechsel meine besten Wünsche aussprechen und Ihrem Herrn Verlobten natürlich auch. Aber natürlich, das dürfen Sie gerne. Also dann, auf Wiederschauen, Herr Lehrer Holdendolp. Für Gott, und passen Sie auf, Freunde, bitte nicht über den Radl stehen da drüber. Ich habe keinen Rad. Ach so. Und sowas habe ich auf meiner Reservebank sitzen gehabt. Ja, da bist du ja gerne. Ja, da bist du ja gerne. Du, du, an Hausgang noch zusammenputzen. Was heilt an Silvester? Ja, glaubst du, dass du, weil Silvester ist, ist da lang gleich kein Regen, oder? Einmal im Jahr möcht ich erleben, dass du nicht meckert bei der Arbeit. Und ich möcht einmal im Jahr erleben, dass ich in diesem Haus mal Ruhe hab. Ja. Du, Christoph, komm mal rein. Ja, was ist denn, Mama? Du, was machen wir denn heut, ha? Meinst du zum Essen? Oder überhaupt? Was überhaupt? Na, weißt du, Mama, ich hab einfach die Nase voll, so. Wir müssen unsere Mannsbäude sagen, dass sie heute mal richtig gepflegt zum Essen fortgehen wollen. Und danach vielleicht sogar zum Tanzen. Das wär was. Grüß Gott beinand. Grüß Gott. Ich möchte so geschwind an meine dreiß paar Schweinswurstle erinnern. Ja, ja, die hab ich schon weggdo. Die Gery bringt sie dann rüber. Ja, haben Sie denn so viele Leute heut auf Nacht? Ich bin schon ganz aufgeregt. Der Herr Pfarrer hat die Idee gehabt, dass wir mit dem katholischen Frauenbund eine Mordsilvesterparty machen. Eine schöne Musik haben wir auch schon. Ich mach einen Dist-Jockey. Ich hab einen Haufen Tanzplatten von den Obergräunern. Dann sind's halt auch. Tanzen da die Weiberleut miteinander? Freilich. Ist doch viel lustiger ohne Mannsböder. Also, ich hebe euch einen Platz auf, gell? Das wird eine Mordsgaude für Gott benannt. Für Gott, Frau Freda. Jetzt kannst du tanzen. Nein. Nein. Also, gewiss nicht. Du, meinst du nicht, dass unsere Männer uns für verrückt erklären nach deinem Vorschlag? Mein Gott, nein. Ich hab ja mindestens 30 Jahre schon nimmer getanzt. Dann hätt ich auch gar nix zum Anziehen. Das sprich kenn ich schon. Mama, wir müssen stark bleiben und unseren Männern gegenüber Einigkeit demonstrieren. Ich weiß auch schon ein Lokal, wo wir hingehen. Der Opa, der kriegt einen Lachkrampf. Oder er reißt mir den Kopf runter, wenn er das hört. Mama, du musst jetzt standhaft bleiben und nicht nachgehen. Wenn der mit dem Motorrad aneinander fahren kann, dann kann er einmal mit seiner Frau im Jahr zum Essen gehen. Siehst du das? Du hast mich überzeugt. Na also. Na also. Jetzt müssen wir bloß irgendwas unternehmen, dass sie nicht mehr davon kommen. Da fällt mir schon was ein. Jetzt rufe ich zuerst einmal. Ja, das tust du. Ja, na, Gülle. Die ratschen doch. Die kann man in der Brotzeit nachlaufen, nicht? Na, was die haben gegritt ein bissel mit zwei wegen heut Abend. Ach so, ja. Dann machen wir es uns recht gemütlich daheim. Na ja, ich mein, die Jugend wird ja sowieso ausfliegen. Weil die wollen halt Remedemme. Aber mir ältere Jahrgegen sind mir für Ruhe und Beschaulich. Und so will man auch den Silvesterabend verbringen. Also, ich freu mich schon richtig drauf. Freut's euch nicht auch? Und wir. Ja. Silvi. Ja, mein Toni, ich komm ja schon. Ach. Glaubst. So gern hab ich noch nie aufgeräumt, als wär jetzt wo immer mein Wegproviant bei dir holen kann. Ich hab nur die Befürchtung, dass wir heute nicht mehr fertig werden. Ja, ja, ich geh ja schon. Ach, aber zuerst muss ich mich von dir verabschieden. Komm, aber bald wieder. Ach, hoffentlich komm kein Gast. Weil sonst müssen sie dir doch nur Tabletten nehmen. Grüß dich Gott, Toni. Grüß dich Gott, mein Schatz. Lang warst du denn immer da? Hm, dabei muss ich dich schon wieder verlassen. Oh, wo willst du denn schon wieder hin? Lass mich bitte nicht so lang allein. Denn, du weißt ja, wenn man so lang allein ist, kann ich für nichts garantieren. Grüß euch. Ich sag's mal, habt ihr die Katja gesehen? Die hat doch halt frei, oder? Ich kann's einfach nicht finden. Ich kann's einfach nicht finden. Ich treu auf der Stelle noch durch. Okay, Markus, jetzt reg dich nicht auf. Die kommt schon wieder. Hat die vielleicht gekündigt? Jetzt reg doch kein Schmarrn. Markus. Was denn? Sei ein Mann. Ich bin verliebt. Hoffentlich kündig ich ihn dem Jahr noch. Ah, siehst du, Toni, das ist wahre Liebe. Du hast mich fein noch nie gesucht. Aber, Liebling, nachlaufen würde ich dir bis ans Ende der Welt. Ja. Hey, 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 mein Gott. Seine Best, Tante Leni, aber ich bin so glücklich. Dann bin ich ja froh, wenn du glücklich bist. Ja. Ja, da, schau her. Wenigstens in der Wirtschaft findet man Teil von der Familie. Ramona sieht's dich, ja? Du, das sagt der Richtige. Seit die Ramona da ist, sieht man dich ja nur noch sekundenweise. Geliebte Tante Leni, du einmal im Jahr musst halt ein paar Tage auf meine liebevolle Zuneigung verzichten. Und dann bin ich wieder ausschließlich für dich da, gell? Sag mal, bist du auch so unsagbar glücklich? Ja, das sind wir. Gell, Ramona? Ja, Thomas. Und, was ist mit euch zwei? Gehen wir heut ums in den Disco? Oh ja, ich möcht schon. Du, Toni? Liebling, da wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Ja. So eine junge Liebe ist schon was Schönes, gell, Ramona? Ich hab da leider nicht so viel Erfahrung, Thomas. Ja, da müssen wir ja gleich Abhilfe schaffen. Denn in Sachen Liebe darf man das Studium zu keiner Stunde unterbrechen. Das ist diese Abschläckerei. Also direkt wieder mit der Teufel noch einmal. Natelini. Das war schon nett, wenn man mich einmal auch unterrichten tut, was heut Abend abläuft. Was ist denn los, he? Für die leider nichts. Weil so kleine Buben wie du, die müssen leider ins Bett. Du, geh zu selbst, Kleine. Steffel, du bleibst schon daheim, gell. Wirst du sagen, es wär ganz lustig. Ich hab eingekauft. Am Kracher. Meinst du einen einzigen Kracher? Ja. Toll, ehrlich. Und du darfst ihn auch ganz allein anzünden. Kleine Lüge verbraucht. Da lacht's nur über alle zwei Papptschurrechte. Der hat's mich doch gern. Ist gut bei einander, grüße. Wie schaut's aus? Kriegen wir noch ein Bier oder ist schon zu? Logisch gibt's noch ein Bier. Nein, ist recht. Du, Matl. Ja? Dein Sohn Markus, der rennt wie ein Blöder durchs Dorf und sucht seine Katja. Die ist gewohnt, dass ich auch noch ab. Ich sag's euch, geschleift hab ich heut. Wo schaust du? Geschleift. Also, geschleppt hab ich, dass ich bald zusammenbrachen werde. Ach so? Mei, du tust uns direkt leid, du arme Postler. So, jetzt gibt's erst mal ein schönes Bier. Einmal, zweimal. Hier, Postler. Was ist denn los? Heute Abend gehen wir in die Disco. Was ist denn los? Gehst du mit? Logisch, geh mit. Da wird er gar nicht gekriegt. Ehrlich, ich weiß nicht, ob deine Gärte damit einverstanden ist. Ja, da muss durch. Was sagen Sie, Fräulein? Ja. Ja, na. Ja, na. Tu mir den fallen. Und verschwende nicht deine ganze Luft. Ich mag nicht. Alter, deswegen brauchst du jetzt nicht aufführen wie das Rumpelstilzchen persönlich. Einmal im Jahr wird das gemacht, was ich sag. Und ich sag, wir bleiben daheim. Haha. Ah! Tanzen! Du hast mal einen Lämmergein im Hirn, oder? Alter, ich warme dich. Ich geb nicht noch. Ich geb dir drei Stunden Zeit. Bis dahin hast du gebadet. Baden? Im alten Jahr noch? Du gehst ja raus. Und deinen schönen Anzug hab ich da auch schon rausgelegt. Du wirst ja wohl noch alles bewältigen, oder? Bewältigen würd ich es schon können. Aber mögen tu ich wahrscheinlich nicht wollen. Mach mit deiner Prüfe rein. Ja. Mein Hörmer. Dir wird dein Grinsen schon noch vergehen. Ja. Im neuen Jahr wird sich so manches ändern. Und da fang mir heut gleich an damit. Oh, das is eine furchtbare Drohung. Mein Lieber, da krieg ich gleich Angst, dass ich furchtbar zittern muss. Oh, oh, oh. Einen Aufstand hat's ich probieren. Ha, 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 ha. Erich, ich sag dir eines. Verliere nie die Kontrolle, damit du immer weißt, was du erlauben darfst und was nicht. Keine Angst. Hab ich alles im Griff. Und heute Abend wird ein Exempel gestartet. Ich geh allein fort und wenn's in drei kupft. Bin ich froh, dass ich solche Machtkämpfe hinter mir hab. Ja, ja. Das klär mir dann schon noch. Wir brauchen ja überhaupt nichts klären. Das ist bereits beschlossen. Haube, haube. Da wird gegen uns zwei ein Kompott geschmiedet. Da werden wir zwei mit denen nicht mehr fertig. Das kann leicht sein, Opa. Mein lieber Gatte. In einer Stunde bist du im Bad. Und das ist mein letztes Wort, gell? Mein letztes Wort? Wird ich meine. Wird ich meine. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, was? Warum müsst ihr euch was einfallen lassen? Eine Ausrede brauchen wir. Weil unsere Weiber unbedingt mit uns zum Tanzen gehen wollen. Ach so. Ja, bricht noch halt einen Hexen. So entschlossen wird die Christa, als schlepp mich die auch mit dem Gipsfuß zum Tanzen. Ja. Irgendeine ansteckende, sehr gefährliche Krankheit müsse das halt sein, die unvermittelt ausbricht. Ja, was denn? Einen Mumps zum Beispiel. Mumps? Ja. Oh Depp, du. Vater, ich hab's. Weißt du was? Ich krieg ganz einfach Zahnwehe. Zahnwehe? Ja, das passt schon lang, dass da hinten bei mir ... Ja. Da bist du ja, mein Mausi-Schwanzerli. Ich hab für heute Abend eine riesen Überraschung. Ja. Ich hab nämlich zwei Freikarten gekriegt für die Oper. Der Riegel Otto. Ja, das ist Regoletto heißt das. Ja, so kann man's auch sagen. Na, was ist? Freust du nicht? Ja, und wer? Aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich hab auf einmal furchtbare Zahnschmerzen. Was? Jetzt nimmt der Depp uns eine Ausrede. Ich fühl mich wirklich nicht wohl in dieser engen Haut. Du mein, ich wär das dick altbacken, dass ich gar nicht weiß, ob ich mit dem noch unter Gleit kann. Die Idee hätt der früher einfallen müssen. Dann hätten wir uns noch was Neues kaufen können, nicht? Ja, freilich. Dann wär's wieder 20 Jahre im Schrank gekriegt und wär wieder altmodisch geworden. Nein, nein. Du mein, schau mal. Kann man da nicht irgendwo was rauslassen? Das ist wahnsinnig knack. Nein, wirklich nicht. Einen Bauch hast du halt gekriegt, nicht? So knallhart hätt's mir das jetzt nicht hinein müssen. Ja, wie hätt's denn sonst sagen? So in der Bauch ist halt einmal ein Bauch und kein Websenstich, nicht? Ich mein, ich will ja nicht reden, gell? Ja, das ist auch besser. Ist der Stefan schon im Bauch? Das will ich nur hoffen für ihn. Du stell dir vor. Zahnweh hätt er auf einmal gekriegt. Ganz akut. Und wie ich gefragt hab, sag mal was blödes, ist dir nicht eingefallen? Sag doch dieser ausgeschammte Kerl tatsächlich nein. Auf die Schnelle leider nicht. Drei Mal? Ja, gerne. So, jetzt macht's wie wir da. Halt's jetzt am Modenschau. Na, bitte. Bitteschön. Ist das altmodisch kräftig. Dankeschön. Ich geh'n nämlich halt zum Tanzen. Da geh'n nämlich halt zum Tanzen. Ja, la, 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 la. Bitte. Halt's jetzt zum Tanzen? Habt du geh'n mit, Tante Leni? Freilich, dann tanzt du auch. Jetzt geh'n nämlich heute zum Tanzen. Ja, ich zum Tanzen. Halt's hier mit ihm? Selbstverständlich. Ist ja prima. Ich komm. Ich geh mit, ich eile. Ich zieg mich bloß um. Ich eile von Tannen. Grüß da, Frau Spinner. Grüß da. Grüß da, geh scheiße gut und bimt mir das Falterklump da rum. Geweiter, tu doch nicht, als ob man dich zum Schlachthof führen tut. Das ist der gleiche Schauspieler wie sein Vater. Ich will dir ja die Freude nicht verderben. Aber dass das ein großes Opfer ist für mich, das ist ja schon klar. Dann sind wir wenigstens einmal quitt. Betreff's der Opfer. Jetzt wackelt nicht das umeinander, sonst bringt mir das nichts. Hast du ein Opa g'sengt? Nein, aber im Bad hat's geblö... Au! Der Abend wird eine Qual für mich, das sag ich dir. Aber bitte dein Wille geschehe. Mein lieber Gatte, erstens glaube ich nicht, dass du Zahnschmerzen hast. Und zweitens, wenn du welche hast, dann sind's bestimmt nicht so schlimm, dass du so eine Schau abziehen musst. Also du, ich darf doch bitten, gell? Streng dich nicht an, ich kenne dich. Deine schwarzen Schuhe stehen vor dem Bett. Die Drucker. Na gell, für einen Abend wird's doch geh. Also meine liebe Frau, wenn ich mich schon opfere, einen Fakir spiel ich dir nicht, gell? Ich zieh die braunen Schuhe an. Passt auch. Na gell, die braunen Schuhe passen doch nicht zum schwarzen Anzug. Wer schaut denn das aus? Das fällt überhaupt nicht auf, weil ich die gelben Socken dazu ziehe. Hörst du das? Ja. Die machen uns das alles zum Fleiß. Jetzt bin ich dann bloß neugierig, was einem Opa alles fehlt. So, wir waren soweit. Ja. Mama, lieb, schaut's aus. Das Kleidl war vor 30 Jahren modern. Aber zu dir passt's. Also ich finde, sie sind toll darin. Vielen Dank. So, und jetzt erleicht's euch und macht's euch einen gemütlichen Abend. Ja du, Mama, aber eins sag ich, da tun wir nicht so wild tanzen. Na, na. Ihr seht's fertig, der Joe, unser Fahrer steht schon draußen. Jesus, Mama, ein bissel arg knapp. Aber Mama denkt ja nix. In Tanzlokalen ist meistens dämmeriges Licht. Jetzt gehen wir gucken. Guten Rutsch! Kommts, guten Rutsch! Wow, ey! Schau, Mama! Mei, mei, mei! Die hat so Anwehe! Ich hab' ich fast nicht zum Aushalten. Ein Osterhase! Was? Schau, Mama, was für ein liebes Schleifel das er hat. Hast du vielleicht Zahnerlewe? Mein lieber Mann. Das sieht man gleich. Und das ist ein boh-boh-bohrender Schmerz. Das ist aber eine saudume Ausritte. Da ist dir da nix anderes hingefallen. Nein. Ich habe gar nicht gewusst, dass Zahnschmerzen ansteckend sind. Du, Mama! Moment, Moment, Moment! Der Stefan, der markiert ja bloß, aber ich hab echt sagen, wie ehrlich! So! In fünf Minuten bist du geschniggelt und gestrigelt auf der Matte! Auf was für eine Matte? Schwing dich! Hinten hab' ich eine Platte und vorne steh' ich auf der Matte! Das ist ja nicht so gewesen! Ja, das ist ja nicht so gewesen! Also was die für einen Zirkus anstecken! Bloß, dass sie nicht mit uns fortgemüssen! Das ist der Wahnsinn! Grüß euch! Grüß dich! Ich wollt' euch bloß mal sagen, dass ich's gefunden hab! Das ist schön für dich! Wen denn? Ja, die Katja! Aha! Schöne Kleidln habt's ja! Geht's denn mit denen noch fort? Stell dir vor, wir wollen einfach mal raus beim Loch! Ja, ja, das kann ich schon verstehen! Wenn man mal so lange verheiratet ist, dann weiß man einfach nimmer, was man daheim anstellen soll, gell? Also dann wünsch ich viel Vergnügen und einen guten Rutsch, gell? Für dich! Für dich! Aha! Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir fortgewollen! Weil wir mit unseren Männern daheim nimmer wissen, was wir anstellen müssen! Nein! Tante Leni, hast du dir die Lippen angeschmiert? Das ist ein Make-up! Ach so, ja! Eine Dame geht nicht ungeschminkt aus dem Haus, gell? Unerhört attraktiv, gell? Ja! Ich bin zu allem bereit! Echt! War mein Erich nicht da? Nein! Der wird bestimmt auch Zahnwelle haben! Ja, woher wissen Sie denn das? Aber ich hab ihm drei Kohletabletten reingeschmissen! Und der zwei dem garantiert nichts mehr! Ja, dann wagt man halt ein bissl, ne? Sehr richtig! Wagt man eben! Aber nimmer lang! Meine Geduld ist zu Ende! So! Jetzt sitzen wir da, wie die Karnare auf dem Stangerl! Nur schauen die nicht so belemmer! Drei! Wie mir vier! Du, Mama! Hä? Es tut mir furchtbar leid! Aber dem Opa geht's vielleicht gar nicht gut! So! Aber jetzt glauben Sie mir! Der Spaß geht mir zu weit! Und zwar entschieden zu weit! Aber was glaubt's denn, wenn Sie vor euch haben? Jawohl! Wir lassen uns das nicht bieten! Wir sind nämlich emanzipaniert! So ist's! Warte mal! Habt ihr jetzt alle mit einem andern Vogel? Also dieses Kasperltheater, das machen wir nicht mit! Setzen! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Ich wollte fragen, ob du schon fertig bist! Freilich bin ich fertig! Doch! Sигst du? Der eigene ist da! Boh! Also klang! Halt! 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 Ich geh auch mit! Weil so ein schönes Make-Yup krieg ich mein ganzes Leben! als ein Viertal, 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 ne? Weibi, es wird immer schlimmer wie bei der Frau Wimmer. In einer Viertelstunde brechen wir auf. In einer Viertelstunde brech ich zusammen. Nein, nein, schau doch mal den Backen vom Opa an. Der hat ja tatsächlich einen Bock als wie ein Hamster. Du glaubst, einmal im Jahr will ich raus. Du magst mir doch wirklich alles mit Fleiß. Weibi, schimpf mich jetzt nicht, mir tut es leid, aber ich muss zum Zahnarzt. Und? Was machen wir jetzt? Alleinlassen können wir den Opa auf keinen Fall. Und Furke kann er schon erst recht nicht in diesem Zustand. Und mein lieber Gatte, was ist mit deinem Zustand? Ach so, ja, komisch. Die Schmerzen sind tatsächlich wieder verschwunden. Bin ich aber wirklich sehr erleichtert. Ich auch, ich auch. Mama, ja? Kommst mit? Ja. Jetzt hören wir uns wieder aus. Ich bin für richtig froh, wenn ich den engen Fäzen runterbringe. Pst! Aber wir zwei, wir rechnen noch ab. Merkt ihr das? Ja, Vater, du bist ja noch der bessere Schauspieler wie ich. Ja, jetzt kannst du schon aufhören, sie sind ja nicht mehr da. Gewalter, tu deinen Tennisball wieder raus. Au! Au! Ja, du sieh mich ja so rimpfisch! Ich hab wirklich gesehen wie der Backe isch echt! Boah!